Also Leute, jetzt wird es wirklich peinlich, jetzt wird es richtig peinlich. Liebes Porsche-Team da draußen, bevor ihr mir mit irgendwelchen Klagen oder so droht, denkt mal darüber nach, was ihr, ich habe das ausgesprochen, was ihr die letzten anderthalb Jahre mit eurem Personal gemacht habt. Ich fasse es hier nochmal zusammen, vielleicht kommen dann irgendwelche Erinnerungen hoch. Ihr habt allen ungeschlumpften Mitarbeitern täglich Druck ausgeübt, ihnen gesagt, wie unsolidarisch sie seien. Diejenigen, die einen Zeitvertrag hatten, die mussten damit rechnen, wenn sie sich nicht schlumpfen lassen, dass sie gekündigt werden. Ihr habt ungeschlumpfte Mitarbeitern separate Eingänge verschaffen und gesagt, ihr müsst von da reinlaufen und die Geschlumpften dürfen ganz normal in die Firma wie immer rein. Ihr habt die Ungeschlumpften täglich testen lassen. Ihr habt sogar denjenigen, die diesem Druck nicht standhalten konnten und einen gefälschten Schlumpfpass hatten, habt ihr alle gekündigt. Ihr habt CIA da drinnen gespielt, das wisst ihr. Ihr habt sie zu viert an einen Tisch genommen und auseinander zerlegt habt ihr die. Dann seid ihr sogar noch weiter gegangen und habt zu den Ungeschlumpften gesagt, wenn ihr an Grippe erkrankt. Also letztes Jahr hieß es Corinna, dieses Jahr wieder Grippe. Wisst ihr ja, 95% der Menschen, die irgendwie Grippesymptome hatten, hatten Corinna. Kurz zur Erinnerung. Und ihr habt gesagt, wenn ihr ungeschlumpft seid, geht ihr 14 Tage in Quarantäne und ihr bekommt keinen Lohn. Sogar das habt ihr getan. Derjenige, der immer den Service bei mir macht, der hat mir erzählt, dass er in Quarantäne gehen sollte, obwohl er negativ getestet war, weil er ungeschlumpft ist, weil er in der Nähe eines Geschlumpften war, der Corinna hatte, sollte er unbezahlten Urlaub nehmen und in Quarantäne gehen. So habt ihr Druck ausgeübt. Und er hat sich dann gewährt und gesagt, hier ist mein negativer Test. Ich gehe nicht in Quarantäne. Warum sollte ich? Die Menschen, die kerngesund in die Firma reingelaufen sind, hatten jeden Tag Angst, dass der Test irgendwie denen sagt, dass der positiv sein könnte und dass sie dann kein Gehalt bekommen und ihre Fixkosten eventuell nicht zahlen können. Wenn ihr jetzt sagt, das war gesetzlich so vorgeschrieben, okay? Viele Großunternehmen haben das gemacht. Mir haben auch viele von Daimler und so weiter geschrieben. Aber keiner, keine Firma, die mir bekannt ist, hat die Schlumpfpässe so kontrolliert und CIA, FBI gespielt, die Leute an einen Tisch gesetzt und sie richtig verhört. Wann bist du dich schlumpfen gegangen, mit welchem Auto bist du da hingefahren und so weiter. Ich habe all die Details mitgekriegt, ja? Und dann gesagt, hey, unterschreibt hier, dass ihr ohne irgendwelche Abfindungen die Kündigung akzeptiert. Ansonsten geht es an die Staatsanwaltschaft. So habt ihr die Leute unter Druck gesetzt und das hat fast niemand gemacht. Und schiebt es jetzt nicht auf das Gesetz, okay? Denn Artikel 1 im Grundgesetz, nochmal zur Erinnerung für all die Menschen, die hier mitgespielt haben, die Würde des Menschen ist unantastbar. Der Artikel 20 sagt, dass Ungehorsam eine Pflicht ist, wenn die Ordnung irgendwie gestört wird, ja? Dass wenn Vorgesetzten gewisse Regeln gemacht werden, dass wir dann ungehorsam sein können, wenn dieses Grundgesetz irgendwie in Gefahr tritt, okay? Der Nürnberger Kodex wurde eingeführt, damit Menschen nie wieder zu medizinischen Handlungen gezwungen werden, okay? Und wenn ich zu meinem Personal sage, hör zu, wenn du ungeschlumpft bist, kriegst du kein Gehalt, du bist unsolidarisch, ja? Lass dich endlich schlumpfen. Was bist du für ein Mensch? Nimm einen separaten Eingang. Nimm dir jeden Tag 10, 15, 20 Minuten mehr Zeit, damit du noch einen Test machst und so weiter. Dann unterstütze ich das Ganze. Dann unterstütze ich dieses System. Wenn ich dann noch Menschen kündige, wie ihr das getan habt, ja? Und mit der Existenz spiele, dann, äh, da fehlen mir die Worte, Leute. Und jetzt bin ich, weil ich das ausspreche, bin ich irgendwie schuldig, ja? Ich gebe euch jetzt einen ganz, ganz wichtigen Tipp und das meine ich wirklich ernst. Ich selber fahre seit über 11 Jahren, bin ich Porsche gefahren. Ich habe mein Auto aufgrund dessen verkauft, weil mir das ganze Personal so viel erzählt hat, weil ich gesagt habe, das möchte ich nicht mehr unterstützen. Ich habe in den letzten 11 Jahren, habe ich 5 Autos bei euch mindestens gekauft, über eine halbe Million Euro Umsatz gemacht, okay? Weil ich was von dieser Marke gehalten habe. Ihr habt vor dieser ganzen Pandemie immer eine Gewinnausschüttung gehabt. Super mitarbeiterfreundlich seid ihr gewesen. Jetzt gebe ich euch einen ganz, ganz wichtigen Tipp, okay? Anstatt jetzt mich irgendwie anzuklagen, weil mich könnt ihr nicht einschüchtern, Leute. Ihr kriegt mich auch nicht mundtot. Ich habe das ausgesprochen, was ihr getan habt. Anstatt euch so zu verhalten, zeigt Größe. Entschuldigt euch bei dem gesamten Personal, weil ihr aktuell seht, dass die Geschlumpften Kränker sind als die Ungeschlumpften. Ihr habt eine Krankheitsstatistik, das habe ich nämlich auch mitbekommen, ja? Letztes Jahr sind bei euch in der Firma sogar 2 oder 3 Leute während der Arbeitszeit kerngesunde Menschen. Alle 3 waren geschlumpft, plötzlich und unerwartet gestorben. Herzinfarkt und so weiter, das wisst ihr, okay? Ihr habt aktuell so viele, die sich mit Herzbeschwerden melden. Kranke Menschen, entschuldigt euch bei all diesen Leuten, dass ihr diesen Druck ausgeübt habt und sie fast gezwungen habt. Und zeigt Größe und kommt für all diese geschädigten Menschen auf. Stellt die Menschen wieder ein, die diesen Schlumpfpass gefälscht haben, weil sie vielleicht Angst hatten, dass sie irgendwie ihren Job verlieren oder was auch immer sie dazu getrieben hat. Stellt sie wieder ein, zeigt Größe. Entschuldigt euch, so könnt ihr irgendwas retten und nicht, indem ihr mich irgendwie verklagt. Weil mich könnt ihr nicht einschüchtern, Leute. Ich stehe da drüber, was ich schon hier die letzten 2 Jahre mitgemacht habe. Ich habe auch nicht Angst vor irgendeiner Geldstrafe wegen Beleidigung oder was auch immer euch da so gekränkt hat. Das, was ihr gemacht habt, wird keiner von denen vergessen. Ihr könnt auch nicht irgendwelche Leute mundtot machen, die das aussprechen. Zeigt Größe, sagt, wir haben einen Fehler gemacht. Wir waren in der Vergangenheit immer mitarbeiterfreundlich. Wir finden das scheiße, was wir getan haben. Kommt für all die Geschädigten auf, okay? Und wenn ihr euch öffentlich dazu bekennt, dann überlege ich mir, ob ich mir wirklich wieder... Ich werde die nächsten 50 Jahre bestimmt noch Auto fahren, wenn ich gesund bleibe. Dann kaufe ich mir auch eventuell wieder einen Porsche. Das meine ich wirklich ernst hier, ja? Und hört auf, irgendwie Leute zu schikanieren oder sonst irgendwie was. Und diejenigen, die mir jetzt geschrieben haben, gesagt haben, bitte erwähnen meinen Namen nicht. Leute, das wird so nicht enden, wenn ihr feige seid und euch nicht wehrt. Gerade die Herzgeschädigten. Geht hin und sagt, hey, ihr habt Druck auf mich ausgeübt. Ich habe deswegen einen Herzschaden bekommen. Oder mein Verwandter ist gestorben. Nachweislich hat es damit zu tun gehabt. Nur wenn wir diese Informationen teilen und verbreiten, können wir langfristig etwas verändern. Denkt darüber nach, ihr Lieben. Auch die Geschlumpften, die sich verarscht fühlen. Verbreitet solche Infos.